Schön chillig, die Rakete, die Rakete, ja, und dann kommt ja gleich wieder die Nummer 9, das Säuli, vorhin beim Rennwasser nicht so stark, ja, Vorsicht, Vorsicht, Stufe, ja, die Nummer 7, Baby, unser Baby kommt als letztes rein, so, das war unser zweites Rennen an diesem schönen Frühlingswiesen hier, das nächste Rennen findet dann statt um 17 Uhr.